Hey, wie wär's mit nem kleinen Tipp? Okay, wo fang ich an? Du bist zu temperamentvoll und... Nein, ein Tipp von mir für dich. Oh, klar. Lass hören. Dieser Kampf gegen den Monitor? Brenn es dir ins Hirn. Eines Tages sind das die guten alten Zeiten. Die Legende, mit der man Freelancer begeistern kann. Und die dich daran erinnert, wie sich knallhart anfühlt. Danke, Halleck, aber knallhart habe ich allein drauf. Ha, hör dich an. Sag ja nur. Etwas zu sagen, heißt nicht auch etwas zu tun. Der alte Halleck hier hat knallhart definiert. Der wilde Ursix, der den Schattenlochgraben terrorisiert hat, hab ihm ne Kugel verpasst. Die Schlacht gegen die Wyvernhorde beim Indigo-Schleier war dabei. Ja? Wie war das so? Ein Dutzend Freelancer sind von oben abgesprungen. Auf eine steile Klippe, in einem Kreis auf einem Felsvorsprung gelandet. Unter ihnen nichts als Tod. Kein Raum für Fehler. Ja, mussten sie umzingeln. Zwölf Paar Stiefel sind synchron auf dem Boden gelandet. Zwölf Waffen haben angefangen zu feuern. Und ein Haufen Wyvern sind mit dem Wunsch gestorben, sie wären nie einem Freelancer begegnet. Es war wunderbar. Okay, das muss ich eingestehen. Ziemlich beeindruckend. Knallhart. Klar. Bis ich knallhart neu definiere. Ist noch nicht passiert. Du wirst schon sehen. Bis dann, Halleck. Bis dann, Halleck. Hallo. Weißt du noch, als der Laden hier zum gerissenen Cover zieht? Erstens, dass ich jetzt nur zwei Monate habe. Zwei Monate. Wie geht es jetzt für damals noch? Karl und Charity? Ja. 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 Freelancer. Sie sind zurück. Gut. Haben Sie was für mich? Vielleicht. Ich meine, ja. Ja, hab ich. Ich habe Sentinels losgeschickt, um den ungewöhnlichen Scar-Aktivitäten außerhalb des Force nachzugehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Oh. Es war mein Fehler. Ich schulde es Ihnen, das zu Ende zu bringen. Und zwar richtig. Sie werden bezahlt. Aber das ist kein offizieller Sentinel-Auftrag. Eher ein Gefallen. Für eine Freundin. Ich tue, was ich kann. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Mach ich. Okay. Okay. Ich tue, was ich kann. 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 Wie lauteten die Befehle der vermissten Sentinels? Spurensuche, Berichterstattung und Daten des von den Scar gestohlenen Gestalter-Religens. Wer weiß, was die kleinen Biester damit vorhaben? Ich tue, ich tue, was ich kann. 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 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Das war's. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, ich habe Ihre nächste Position. Bryn, das ist sehr weit von voren fährt. Ich weiß. Die Ska, die das Relikt entwendet haben, haben es bis hierher geschleift. Man könnte meinen, sie wollen was vor uns verbergen. Hierhin hat der Marker uns geführt. Keine Ska diesmal. Aber auch keine Sentinels. Vielleicht gibt es noch einen Marker? Ein zweiter Marker, Bryn. Ich hatte mehr auf Funde in Sentinel-Form gehofft. Aber auch gut. Warten Sie. Ich weiß, wohin das führt. Zu einem alten Werkwerk. Ein verlassenes. Schon unterwegs. Ich weiß, wohin das ist.